hallo liebe freunde zurück bei transport fever hier auf meinem kanal ja hier fährt gerade der personenzug durch nach rotterdam runter ja wie voll besetzt ja die verdienen relativ gut gutes geld hier hat es mal einen kleinen einbruch gegeben aber ansonsten sind die eigentlich relativ voll beladen wenn man hier so guckt die sollten eigentlich gut plus machen die haben natürlich jetzt einen zug mehr mehr auf der linie dahinter kommt der güterzug daher die linie macht mit sicherheit minus ja da müssen sich noch hand anlegen ist ganz klar wobei das wäre sogar eine linie die könnte vielleicht hinten lang darüber treibstoff hier unten abholen womöglich wie das nämlich auch funktionieren damit wir da einen zug umteilen können weil wenn man die linie ansieht dann ja die gehen natürlich von hier drüben und da drüben da aussen rum geht dann hier natürlich noch noch lune steht hoch ich denke das können wir wahrscheinlich einfach lösen gehen wir hier wahrscheinlich sogar eine zweite linie eröffnen und das treibstoff von hier unten holen würde sagen das werden wir ja jetzt kurz angehen von hier noch hier den treibstoff liefern das wäre güter wie gesagt wir können den eigentlich da umteilen der zweite dran weil jetzt fährt er nämlich hier nach zürich rüber den passen wir einfach der linie hier neu zu dann werden wir hier den hier dann da unten raus nehmen den güterbahnhof und hier das lune steht neben gleis so sollte die linie ist auch getrennt funktionieren von allem der hoffen die machen dann ein bisschen mehr plus so weit das und dann würde ich sagen wir machen hier drüben mit unseren güterzugleisen weiter weil wir sind noch lange nicht am ende denn ich möchte die teile bis nach unten hin ziehen weil wir hier ein bisschen mehr züge benötigen um hier dementsprechend den kunststoff wegzukriegen das geht eigentlich nur indem wir hier mehr gleise benötigen und dann können wir hier vorne mal schauen da fahren wir ja mit beiden gleisen da rein ich hoffe ich kriege das irgendwie hier rein hier würde es gehen wir sagen das machen wir gleich so da ist uns das signal im weg also es ist jetzt ganz klar das wird hier viergleisig werden müssen da haben wir gar keine andere wahl in dem sinn dann müssen wir hier eins mit den güterzugstrecke entlang da haben wir sie auch schon fertig und die eine linie geht hier schon lang macht sie eigentlich relativ gut nur dass hier die signale jetzt noch fehlen entsprechend die haben aber ziemlich lange hier kein signal ja davon müssten wir glaube ich kein signal mehr machen höchstens vielleicht ja hier ja hier vielleicht können wir eins machen dann haben wir ja nämlich auch schon die linie fertig und dann brauchen wir hier noch eine zweite und die benennen wir als Güterzug gutstoffwerkzeug also hinten bei Zürich können die ja auch Werkzeug und Maschinen aufnehmen die geht natürlich von da oben bis nach hier unten hin aber wir könnten uns überlegen dass wir die Maschinen vielleicht noch hier abladen mein Güterbahnhof wäre jetzt aber aus meiner Sicht glaube ich nicht mal so schlimm wenn sie das nicht machen wenn sie das nicht machen da haben wir eh wieder richtig 267 Passagieren die nach Soloton rüber wollen die nach Soloton rüber wollen ja ich denke eventuell müssen wir die Doppelstockzüge hier noch erweitern ja fast 200 Meter den Bahnhof den Bahnhof hier weiss ich nicht mal habe ich den 200 Meter 240 er wird dann doch schon eher knapp mit der Länge hier passen sie sich noch nicht mehr in den Bahnhof rein mit Sicherheit da könnten wir aber nachhelfen dass wir vielleicht die gleich ja die Weichen hier vorne dann machen ja aber ich würde jetzt mal sagen wir kaufen uns den anderen Zug jetzt muss ich mal schauen wo wir überhaupt den Depot haben ja bei Zürich haben wir eh eins ja wir haben hier eins wir können den hier kaufen also Grundstoff und Werkzeuge müsste der befördern vorgezugsweise natürlich auch Bretter damit das hier funktionieren kann wobei Bretter kriegen sie eigentlich schon von oben von ja den Werkzeugdingens da oben werden wir hier einfach schauen dass wir hier Grundstoff anliefern müssen wir noch kurz schauen der andere Zug müssen wir den jetzt nicht blockieren die ganze Zeit den hier was macht der für ein eine Geschwindigkeit 120 macht der gut dann machen wir ja auch eine Elektrolog die 120 macht vielleicht sogar 140 die könnten ja auch so etwas draufsetzen ja die haben wenigstens Leistung also vor allem die Kraft wir nehmen mal so eine gut Güterwagen hätten wir zur Auswahl ähm für was habe ich gesagt Grundstoff müssen wir kurz schauen nehmen können eben keinen Grundstoff mitnehmen ähm die können Grundstoff Werkzeuge Maschinen wir könnten eigentlich die nehmen 13 Kapazität das ist mir ein bisschen wenig 20 die haben 20 können auch Öl ja wir nehmen die hier 200 Meter das sollte eigentlich schon mal reichen für die Linie und dann gucken wir noch nach dem Zug da ist er nämlich schon ein wunderschöner SPW Look cool ja wir sagen wir steigen hier gleich mal ein und fahren hier gerade mal mit dem Zug weil es sollte jetzt allerhand los sein da unten da haben wir nämlich schon wieder eine zweite Lokomotive da drauf die nämlich auch noch ein bisschen Werkzeuge mitnehmen kann für Rotterdam oder auch um da unten die Werkzeuge anzuliefern ja der Bahnhof ist jetzt natürlich da unten zu klein ist mir klar da brauche ich dann wahrscheinlich sogar noch ein zweiter Güterbahnhof um das ganze zu handeln ja ja für den Zug reicht es der macht eh nur 125 respektive 120 das müsste also relativ gut reichen ja und ich habe jetzt mal ausgetestet warum die Flugzeuge nicht so gut funktionieren das könnte zum einen sein weil wir eine Zugverbindung quer über die Map schon haben nach St. Gallen und Konstanz hoch oder Hamburg dass sie dann einfach dort ja vielleicht ein wenig sich Konkurrenz machen dass das daher nicht so gut läuft weil ich habe mal eine Map gestartet welche noch nichts bebaut hat und dann einfach mal zwei, drei Städte miteinander verbunden und quer über die Map noch zwei, drei Städte miteinander verbunden und die sind dann eigentlich je an einem Flughafen herangefahren mit den Personen und ja mit Flugzeugen hatte ich dann eigentlich die Verbindung ja quer über die Map hergestellt zu den beiden Flughäfen ja das hat relativ gut funktioniert aha da unten sieht man schon relativ gut Rotterdam ja die Linie hier ist auch nicht gerade so schnell gebaut da müssten wir wahrscheinlich noch irgendwo laufen jetzt einmal eine Umfahrung bauen würde ich mal sagen mal gucken da ist rot wieso ist da rot so soll das aber eigentlich fahren können ach ne der ist natürlich hier drin da könnten wir eigentlich hier ein Signalchen hinstellen kann dann kann der nämlich bis da unten hin fahren ja der ist mir gut mit Brittern beladen hier das würde nichts bringen und wenn die die Gleise umbauen ja hier stehen ja richtig viele Leute ich denke höchstens wir könnten hier vielleicht was mit einem U-Bahn-Bahnhof noch machen dass wir hier noch eine Entlastung rein kriegen nach Solothurn rüber super ja jetzt haben wir hier natürlich das Nadelöhr geschaffen he weil die Linie auch noch hier rauf fährt aber da kann man durchaus noch was machen zum Beispiel mit einem Tunnel hier unten durch ja der geht gerade aus hier ja wir haben eben hier auch schon Wartezeiten wie man sieht ja ich denke da müssen wir was mit dem machen damit wir Personenzüge irgendwie anders fahren lassen also das kann so sonst nicht funktionieren ja tatsächlich aber richtig Baumstäme hier ja ganz dem Bahnhof liegen hier schon bereits richtig Zeugs rum gut dann haben wir hier aber schon mal einen weiteren Zug ja der blädt hier auch schön schon mit Grundstoff das funktioniert also schon dass der Grundstoff mitnimmt ja der blädt hier auch schön ja wie gesagt wir müssen hier definitiv da hinten was machen von wegen Gleisbau dass wir hier die Personenzüge auskreuzen weil das hier ist ein richtiges Nadelöhr jetzt geworden und ähm ja müssen wir mal schauen wie wir das lösen können können wir könnten hier natürlich den Tunnel unten durch verlängern also hier hinten raus kommen das wäre eine Möglichkeit ich gucke hier einmal gerade wie wir das lösen könnten am besten es ist natürlich klug dass hier die Häuser dann weg sind die müssen halt hier jetzt einfach weichen anders geht's nicht dann gehen wir hier scharf rum hier gehen wir gleich nach unten gleich unter die Erde bisschen hier so unterdüsen können wir nämlich hier unter dem Bahnhof durch gehen dass wir hier vorne eigentlich mit den Gleisen hier unten nach da hinten kommen spielstürzt jetzt nicht ab weil ich da wieder so umbastle mit einem Tunnel das ist immer die Gefahr dass das auch noch ein bisschen schief geht es geht relativ gut so mal schauen was die Linien jetzt machen ja die Düsen dort schon mal geradeaus die einen zumindest das heisst wir müssen hier jetzt noch kurzerhand Signale haben Tunnel rein vielleicht kriegen wir da sogar noch den anderen auch noch irgendwie hier drüben runter ja man sieht schon wir haben ja einfach die viele Linien jetzt drauf es wäre jetzt doch cool wenn wir den vielleicht noch darüber kriegen weil die eine Linie die haben wir jetzt hier schon mal umgelegt da müssen wir hier einfach das Gleisvorfeld noch ein bisschen umbasteln ja weil den bremsen wir hier ziemlich aus trotzdem noch ja wenn man hier einfach guckt das ist der Wahnsinn ja das werden wir aber in der nächsten Folge angehen muss ich behaupten ich hoffe euch hat die Folge gefallen wenn ja lasst dann nach oben da oder sogar wenn ihr noch kein Abo habt haut ein Abo aus so dass ihr nicht keine Folge verpasst von Transport Fever und dann ja wünsche ich euch alles Gute und ja hoffentlich bis morgen Tschüss so Bis zum nächsten Mal.